Gleich trifft mich der Blitz. Also wir sind da jetzt mitten irgendwo in der Steiermark. Es brunzt wie verrückt, wir machen Pause. Sehr willkommen zu einem neuen Video bei den Short Riders. Das wird unser kleiner Motorrad Urlaub. Italien Urlaub könnte man es fast nennen. Auch wenn es nicht direkt in Italien Urlaub alleine ist. Ich bin unterwegs mit dem Manuel, dem Martin und dem Florian. Bestes Wetter haben wir heute nicht. Aber wir werden schauen was das Wetter mit sich bringt. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei dem Video. Ein schönes Auto. Keine Frage. Also hier sieht es ein bisschen nach Gewitter aus Richtung Klagenfurt runter. Graz Klagenfurt. Wir werden sehen. Hallo Manuel. So schön. Aufpasst. Das Wetter schaut ja nicht so einladend aus hier. Holy shit Martin. Pass doch auf was du machst. Was ist das? Christy Go Okay, fahren wir Boah, da hat seine Fliege zernäget auf meinem Visier Bist du gedeppert Alter, alter, alter Naja, wenigstens hat es sich ausgezahlt, dass wir es mitgekommen haben Coole Muten Bitte aber wahr Wow, shit, ich will sie sagen Fuck Super, geil Jetzt geht es mal waschen Ich will waschen Ja genau, einmal waschen Gleich trifft mich der Blitz Also, wir sind da jetzt mitten irgendwo in der Steiermark Es brunzt wie verrückt, wir machen Pause, weil Jetzt ist der Link da Jetzt ist der Link da Ich hab's fliegen jetzt Alles geil, jetzt hagelt es Also, ich glaub da ist besser, wenn man ein bisschen stehen bleibt Geil, geil, einfach geil Ist es nass? Feucht? Nur feucht? Manuel Manuel Alles klar? Ich mach kein Foto Glaubst du jetzt, dass es blitzt? Viel Wie geil Bei dir Ich hab's Schön Aus Über Aus 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 Oh, ich bin da. Das war so gut, meine. Nein, nein. Ich bin da. Ich bin da. Guten Tag. Grüß Gott. Was? Nicht so, mein Gott. Ich glaube, sie ist bald. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Spritzkommando. Ui, das ist aber blöd. Da sind alle meine Autos und Strecke drauf. Ja, finally, aber doch haben wir es nach Klagenfurt geschafft. Ja, wir sind zwar sehr, sehr nass geworden. Ich weniger, weil ich gut angezogen bin. Also nur auf den Händen eigentlich. Die anderen eher mehr. Und wir freuen uns jetzt schon sehr auf unsere Unterkunft. Sind alle sehr happy hier. Und es war trotzdem eine Mega-Adventure. Obwohl das Ganze doch gewissermaßen zart ist, im Regen zu fahren. Aber es hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht, sich das Gewitter zu geben dann. Alter, was sind das für Behindertenampeln hier? Ich habe die Klingel gedrückt? Ja. Nein, da habe ich sie nicht gedrückt. Scheiße. So jetzt. Ja. Ach so. Nein, da haben wir es gesagt. Nein, da haben wir es gemacht. Ehhh. Hey, wir sind jetzt durch den Pass nach Slowenien gefahren. Jetzt sind wir in Slowenien. Servus Slowenien. Es ist eiskalt. Ich hab nur den Pulli an. Alles Austria. Ja. Dankeschön. Alles Austria. Aha. Wohin? Italien. Weg frei. Geil. Schaut sich das an. Selsenburg. Alter. Heftig. Jawohl Martin, du machst das super. Einer was? Der nächste, Alter. Das sind die Bikes. Slowenien. Slowenien. Das ist so geil in Italien hier. Man merkt direkt die Straße, alles eben plötzlich, gell? Zeit wird's. Für hier einen kleinen Kettenspray. Und so kommt's am không? 2. 3. 2. 3 vallag, 2. Wie man dann schaut, komplett verwackelt, nice. So geil, wie es die Leute hier feiern. Na gut, wie ihr wollt. Schön war es. Schön war es nah, ich glaube auch. So schaut es aus bei uns. Richtig Leiband in der Unterflag. So kehrt das. Das war der Dienstag. Wiederschauen. Das war die letzten Minuten. Christy. Kraft drauf. Das war's. 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 Das war's news. Das ist toll, ne? Untertitelung des ZDF, 2020